So wie Franz Brötchen, der Fischmarkt und der Dom zu Hamburg gehören, so gehört Olivia Jones zur Reeperbahn. Die Kunstfigur ist weder vom Kiez noch aus dem deutschen Fernseh wegzudenken. Immer wieder versüßt sie uns mit ihrer charmanten Art den Tag. Doch wer steckt eigentlich hinter Olivia? Dürfen wir vorstellen, Olivia, Oliver, Oliver, Olivia. Dieser sympathische Herr namens Oliver Knöbel ist der Travestie-Künstler, der hinter diesem prachtvollen Kostüm und dem aufwendigen Make-up steckt. Und so erkennen wir das TV-Sternchen auch kaum wieder. Statt schrillem Lidschatten, einer pompösen Perücke und viel Glitzer zeigt sich der Künstler hier ganz natürlich. Die Haare sind raspelkurz. Im Vergleich zu seinen Auftritten vor großem Publikum wirkt er hier sogar etwas schüchtern. Doch sein Lächeln erkennen wir dann doch wieder. Bereits als Schüler hat der heute 52-Jährige aus Niedersachsen schon erste Auftritte als Dragqueen, nimmt Schauspielunterricht und besucht Maskenbildner-Kurse. Ja, da wusste jemand schon immer ganz genau, was er will. Es folgen Moderationen im Fernsehen, unter anderem beim Christopher Street Day in Hamburg oder als Grand Prix Reporter. Doch was darf als waschechte Kiezgröße auf keinen Fall fehlen? Richtig, ein eigener Laden. 2008 eröffnet Oliver die Olivia-Jones-Bar, gefolgt von einer Table-Dance-Bar namens Olivias Wilde Jungs im Jahr 2010. Exklusiv, sympathisch, bunt und laut, so kennen wir Olivia-Jones. Jungs in der gleichen Läge des 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 Läge des